Hallo, mein Name ist Katja. Ich bin Schauspielerin aus Russland, aber jetzt lebe ich in Zypern. Ich spreche Russisch, Englisch, Deutsch und ein bisschen Französisch. Vor zwei Monaten habe ich angefangen, Grießisch zu lernen. Ich liebe die Musik. Ich liebe alles, was zur Musik gehört, zu tanzen und zu singen. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Entschuldigung. Und ich möchte unbedingt Ukulele spielen lernen. Ich verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden. Ich bin aber auch gerne alleine und verbringe Zeit mit mir. Wenn ich mich selbst beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin nett. Ich bin liebervoll. Diszipliniert und organisiert. Auch bin ich sehr neugierig, empathisch und manchmal sehr emotional. Tschüss. Joachimmodell